Jetzt kommt die Crème Deller Crème. Ludo, alles die ganz großen hier. Ja, logisch. Robert, Robert, Ludo. Wollen wir sehen, ob die das besser machen, wie die andere Gruppe eben. Die müssen ja bisher mehr am Fuß haben. Wollen wir sehen gleich. Mich interessiert das alles. Die Einheit habe ich noch nie gesehen hier. Dann müssen sie das Ding anticken. Der Ball kommt zurück. Und dann müssen sie da sehen, dass sie da irgendwas machen. Ich glaube, da oben den Winkel treffen. Ja, 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 den Winkel treffen. So gut, jetzt haben wir genug gesehen. Die Jungs haben ja was am Fuß hier. Ludo, Robert, unser Kehrer auch. Ach, hier der Kleine ist auch dabei. Unsere Granate. Ich weiß gar nicht, wer das ist hier. Der ist ja kopfgrößer wie ein Hund da. Den muss ich mal wieder ranholen hier. Ist das Ansi? Ne, Ansi ist das nicht. Ne, Ansi macht noch nichts mit dem Ball. Also einer von der Amateure, der darf mitmachen. Der freut sich den Arsch ab. Aber den Namen kenne ich nicht. Hau rein ins Tango. Tschüssi. Ein paar Bilder auf dem Volksberg. Und wieder von da drüben Zaun wie immer. Alles klar. Tschüss. Aber das muss ja sein. Ihr wollt doch was sehen. Und ich auch. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und dann Deutschland, Japan. Ich lach mich tot. So sieht es auch aus, die Nationalmannschaft. Ich will mal gucken. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Alles klar. Tschüss. Norasau.